Also, was gibt's da unten am Meeresgrund? Schließen Sie mal die Augen. Zumachen. Der Ozean hat fünf Schichten. Dann mal los. Die erste enthält alle Pflanzen und Korallenbänke. Somalia ist keine gute Idee, Jay. Ich weiß. Viel Glück, Jay. Was auch immer Sie verbinden mit jeder anderen Form des Untertauchens, das passiert da, in diesem blauen Wasser. Okay. Ich bin dabei. Ich auch. Die nächste Schicht ist die des Zwielichts. In der alle Farben und auch das Licht allmählich verschwinden. Die Finsternis, in der Sie jetzt sind. Da unten kann einen keiner erreichen. Ich will nicht sterben, Danny. Nicht an diesem Ort. Ich möchte bei dir sein. Das ist die andere Welt in unserer Welt. Asche zu Asche. Das ist es nicht. Es ist Wasser zu Wasser. Daran werde ich mich erinnern. Machen Sie die Augen auf. Ja? Ja. Ja. Ja? Untertitelung des ZDF, 2020